boah wie gut ist diese geschichte bisher also es gibt sicherlich tausendmal bessere science fiction geschichten aber wow ich habe es irgendwie schon kommen sehen das mit der zweiten station aber what the fuck is going on here ich habe keine kein blassen schimmer was uns jetzt noch erwartet und vor allem was hat das ganze mit diesen marker zu tun und mit diesem schleim zeug der so endlich mal sein maul aufmachen der jim und damit wir kommen zurück zur observation ich bin vollkommen baff was so eine coole geschichte das spiel hier und versucht aufzutischen und wir sollen george im russischen arm suchen universalmodul suchen und eben okay ach du meine frisse und wir haben keine kartendaten nach glückwunsch ja wo geht es denn jetzt wohin da geht es hin das ist der einzige weg ne ist das richtig zugegeben na gut dann gehen wir halt da hin das ist der only way josh hat also den text und sich gegeben bring sie her und er hat alicia getötet aber warum es gibt noch so viele offene fragen man wird jetzt schon so ein bisschen geleitet weil man halt auch die kameras gar nicht zur verfügung hat ist davon irgendwas komisch aus der hauptserver ist wahrscheinlich nicht online aber es lohnt sich jetzt hier gerade nicht unbedingt da ist eine notiz das ging offen die die Kalibierungs-Log-System Reset, Kalibierungs-Modus George Wareman Kalibierungs-Modus aktiviert, fehlgeschlagen Besteht die fehlgeschlagen Schäden an den Schaltkreisen PA34 und AQ01 in Deck Kann Modulabtrendung nicht planen Starteinstellungen aktualisiert von Rush Wareman Alle Einstellungen zurückgesetzt, System spüre aktiv Sieht ja richtig komisch aus da, richtig creepy Ich bin auch echt normaler Kerl Er ist bestimmt durchgedreht, der Josh Hatch-RU-1 hat vorhin geöffnet Es hat vielleicht etwas zu tun, dass die Kraft zur RU-6 zurückgelegt wird Oder es könnte etwas anderes sein Sei vorsichtig Krass ist das hier Warum ist das hier so rot? Wir hatten da gerade die Tür zugemacht Ist das unheimlich So Raumstation, die hat nicht mehr funktioniert Oh, das muss auch mega Das muss richtig übel sein Wenn man auf der ISS gerade ist Und da ist halt niemand Außer man ist selbst Man ist halt alleine Da macht seine Forschung Da würde ich bekloppt werden Versuch zu Josh, Sam Josh? Sind Sie da? Der Hull ist sicher Und die Oxygen-Kandeln brennen Wir bauen Humidität Und das wird uns stark Versuch zu bleiben Ich gehe nach UC2 um zu sehen ob ich Sam zurückbekommen kann Wir brauchen ihn zu wissen was gerade passiert Aber warum? Aber warum? Also wir wissen, dass es Es muss ja irgendwas zu tun haben mit mehreren Dimensionen und so weiter und so fort Weil Okay, hier geht's nicht weiter Die Lücken sind alle zu Weil, wie kann es sein, dass sie wieder am Leben ist? Es geht nach oben Hier bin ich gekommen, oder? Hinten gekommen Eine neue Idee Hatch, UN5 ist offline Gib uns ein paar Sekunden Jim Power es auf Kann ich den theoretisch noch irgendwo anders lang? Ich glaube hier bin ich her gekommen Ich glaube hier bin ich her gekommen One ist das Was? Ein Ding Und ja Ich glaube hier bin ich nicht Ich hoffe Ich hoffe Wann Ich hoffe Das war Omaha Was Wir 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 Signale, dass er nur sie sehen konnte, aber sie waren nicht für ihn. Ich sage dir, er ist gefährlich. Oder analysieren kann. Für uns. Und ziemlich richtig. Ich möchte euch wissen, dass es nicht genug Raum gibt, um alle von uns aus der Station zu kommen, also wir müssen das irgendwie ausprobieren. Glauben, willkommen. Das spielt bestimmt auch eine Rolle. Das ist so gut gemacht. Bei der Alien Isolation nicht mehr so ein... Das war jetzt die Tür, die sie aufgemacht hat. Da muss ich da lang, weil da ging die Stalk Detection schnell noch weiter. Also hier. Ne, stimmt gar nicht. Es ist echt überall Feuchtigkeit. Ich habe gedacht, dass es vielleicht irgendwie so ein Grafikfehler ist, aber... Da geht's dann. So. Leuchtet irgendwas rein? Kommunikationsterminal. Ach, das ist hier wieder der Anfall, ne? Das ist hier das Hauptding. Links. Josh, du musst dich schon abends suchen. Josh, ein Universallabor. Wo geht's denn zum Universallabor? Hier. Hier. Da wand ich auch auf. Hier. 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 Vielen Dank. Und wo bin ich denn jetzt gekommen von oben, oder? Hier muss man hören. Die Hatch 2, UC2, ist offline. Wait, you can't let him in there, that's his mainframe. It's not my Sam's mainframe. Doesn't matter, it's a bad idea, seriously. Opening now, Sam. Fuck's sake. What possible go wrong? This is the laptop of Emma. That's what she's behind there. Stay away from the mainframe. It's not functioning. It's too risky. It's on our own. Maybe we can learn something from it. Sam Interface? Da wird auch was verbergen hier, der Kollege. Das ist immer ja mittlerweile, also. Wir wissen das ja eigentlich. Nur wir sind eine Maschine. Wir können damit ja nicht wirklich Informationen... ...den Informationen was anfahren. Wird sie sonst noch irgendwas? Was ist das Navigant? Was ist das Navigant? Ich weiß schon was ich gucken werde. What is your primary mission status? Primary mission status is inactive. Previous mission logs are now available. What is your Sam online status? I am here. What? Precursor. Precursor. Precursor one. Access growth. Precursor. 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 Sam's role. Initial discovery of three patterns. Standard Kepler Dataset. Sam's system administration and maintenance. Beantwortlich für die ursprüngliche Entdeckung von drei Mustern im Standard Datenset des Kepler Weltraumteleskops. Ne Moment ich war noch nicht fertig Kollege. What would you like me to do, Emma? I said do a sweep of the modules. Search the area and look for Josh. You must be here somewhere. What is Precursor one? Precursor one. Mission Director William Stafford. Program. Captain Jim Miles. What is pattern one? There are 23 patterns over. There are 23 patterns over. Identical transit light curves from different stars within our galaxy. This is statistically impossible. Each pair linked showed converging connecting vector lights at one point in space, hereby known as the event rocker. Close to Earth's position. Approximately four years from signal discovery. This pattern was labelled, where and when. Okay. That's also light bulbs that are in the middle of the galaxy, or at a certain point where the earth comes over. What is pattern two? On inspection of the 46 light curves discovered in pattern one. Each travel graph contained a spike. This for color at exactly the same point in time for each. This was labelled, second point. Uh-huh. What is pattern three? Overlaying each of these light curves from the same point creates the new pattern of sequential light curve troughs. There was a deeper detail in the light curves themselves. There was a deeper detail in the light curves themselves. When analyzed, they show a perfect description of the human genome. Each of the 23 pairs of identical patterns shows each chromosome in mankind's DNA code. So, this was labelled, who? What? Okay. Commandant, is that so? What was the crew mission? There was no active crew mission. What was the captain's mission? Precasser 1 had one objective. Approach event marker at where and when, with, go, and observe. Warning. Structural integrity. Holding. Power levels. Insufficient. 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 Was there a mission? Aye. Look, I don't know the details. No one did. I just had to get you low to the marker. A point in our orbit. They sent us here. Das glaube ich dir nicht. Ich glaube, wir gehen zurück zu unserer... ...mein Station. Ich glaube, wir gehen zurück. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja. 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 Ja.